Schau P.G.Masks Pyjama-Helden auf Disney Junior. Beruhig den Geist. Was hast du an ihm? Es gibt Probleme in der Stadt. Kannst du das wiederholen? P.G. Robo hat ein Problem. Kommt schon! Welche Schurke könnte das anrichten? Äh, das wären dann wir. Entschuldigung. Wir hatten einen Supermuskelwettbewerb. Wirklich? Wer hat gewonnen? Ich. Fragen stellen wir später. Als erstes müssen wir P.G. Robo retten. Oh, es dreht sich so schnell. Ringelnsustreptil, wir müssen rausfinden, wie wir es stoppen können. Hey, der Gedankenstein. Der was? Er verlangsamt die Dinge. Klingt perfekt. Was machen wir? Ihn werfen? Nein! Man berührt ihn und konzentriert sich. Nein, er funktioniert nur bei kleinen Dingen. Bei etwas so großem wurde er noch nie ausprobiert. Was, wenn wir uns alle gemeinsam konzentrieren? Es ist der einzige Weg, um P.G. Robo zu retten. Gekko hat recht. Schnell, alle zusammen. Atmet tief. Beruhigt den Geist. Konzentriert euch. Langsam. Es funktioniert nicht. Einer von uns konzentriert sich nicht. Oh, Entschuldigung. Ich dachte an ein Truth-Hand-Sandwich mit vielen Gewürzgürkchen. Konzentrier dich, Gürtelte. Es wird höchste Zeit, ein Held zu sein. Langsam. Schnell, der Stein zerbricht. Das Hauptquartier ist zu groß. Es verbraucht all deine Kraft. Komm schon. Super Muskelkraft. Super Eidechsengriff. Super Gekko-Muskel. Abonniere unseren Kanal für mehr Videos und schau all deine Lieblingsserien auf Disney Junior.